Nun ist aber auch gut gewesen, was an Wassermassen vom Himmel heruntergekommen ist. Kaum zu glauben, dass sich der Grundwasserpegel noch lange nicht normalisiert hat. Trotzdem tut eine Regenpause vielen ganz gut. Und die wird kommen, nachdem uns heute ein weiteres Regentief überquert hat. Das Tief Xan hat seine Fußspuren hinterlassen, ist mittlerweile auf dem Weg Richtung nördliches Dänemark und nach Schweden, zieht also von uns weg. Wir geraten also auf die Rückseite. Da warten noch einzelne Schauer auf uns, ansonsten sickert aber trockenere und kühlere Luft herein und die bringt dann die Wetterberuhigung. Für das Wetter heute Nacht heißt das, es kann noch einzelne Schauer vornehmlich in der Westhälfte oder an der Elbe geben. Ansonsten aber ja teilweise klart der Himmel sogar auf, bleibt es auf jeden Fall trocken. Die Temperaturen gehen runter auf 15 bis 14 Grad. Tja und morgen ist es dann soweit. Es steht ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken an und das den ganzen Tag an den meisten Orten. Wenn Schauer dann am ehesten kurz und leicht im Elbebereich, aber zumeist geht es dem Trocken zu. Und die Sonne ist da. Fünf, sechs Stunden Sonnenschein Richtung Ostholstein und auf Fehmarn sind es sogar die sieben Stunden. Die UV-Belastung dadurch auf einem mittleren Niveau. Eincremen tut Not. Der Wind weht morgen aus westlicher Richtung, meist mit Windstärke vier und das im Mittel. Die Böen erreichen Stärke fünf, während sich die Temperaturen so auf 19 bis 21 Grad einpendeln. Die Wassertemperaturen liegen bei 18 bis 19 Grad. Rosige Aussichten dann auch am Sonnabend. Gibt es nochmal so einen freundlichen Mix bei 20 Grad. Am Sonntag und Montag ist noch unsicher, inwiefern Regenwolken an uns herankommen. Es wird kühler, 18 bis 17 Grad, aber das ist noch ein bisschen hin. Jetzt freuen wir uns erstmal auf morgen und übermorgen. In diesem Sinne, einen schönen Abend.